bin doch da bin doch da so alter wo ist das blass miet was ach pornograf ich wollte gerade sagen wie pornograf jetzt geht sie aber los ich könnte gesundheit gebrauchen leute wow ok Geld Gesundheit super Gesundheit Salz Oh Gesundheit Gesundheit jetzt könnte ich nur noch etwas mehr Salz vertragen Alter das Salz ist schon wieder bei mir alle das liegt an diesem verdammten Alkohol 100 pro so ich denke mal ich kann hier hoch mein Gott und Vaterland und so führte uns der Prophet nach Peking und wir zeigten dem Sodom unter uns unsere wahre von den Gründern erhaltene Mission und als die Mandarine und die Heuchler aus Washington ihn verrieten da wankte unser Haltet sie auf was oh oh so hier ein Schlag da ein Schlag na komm und dann wollen wir mal so dann wollen wir mal Au. Gut, so alt. Hopp. Gut, einmal nachladen. Hirn einmal nachladen. Und endlich das Rabenplasmid in Fusion nehmen. Oder? Ist es das Rabenplasmid? Ähm, ihr wollt mich jetzt verarschen. Gavaras Garden wäre mir lieber. Ein bisschen mehr Gesundheit. Finde unterschlossene Schlüsselliste. Ach, super. Da werde ich jetzt aber nicht wirklich in die... Boah, jetzt aber. Ich glaube, wir sind echt gesucht. Gut. Also, wir können Salze steigern. Also, unser Eve. Gesundheit und dann die Rüstung. Ah, okay, gut. Ich kann es schon sehen. Jetzt... Bin ich... Wo? Oh. Alter, ernsthaft. Boah. Alter, ernsthaft. Ich kann... Blasmid nur so und zu viele Male verwenden. Hm. So. Liebe Mutter von Columbia. Warum beten wir drei Symbole zum Gedenken an dich an? Wir beten das Schwert an, auf das wir dich rächen. Wir beten den Raben an, auf das wir Augen überall in der Stadt haben. Wir beten den Sarg an, denn er symbolisiert die Schwere unseres Versagens. Ja, dies. Ach du Scheiße. Irgendwo gibt's das Ratenplasmid. Dann bin ich genauso gefährlich. Hm. Alter. Halte und lasse... ... um eine Sprengfalle. Lady! Lass mich deinen Krieg unverstehen! Wow! Endlich! Was ist das? Irgendeine neue Kraft? Ja, ein neues Blasmid. Killer-Quell. Teuflisches Zeug das. Ja, dann trink. Alter! Press to summon murderous crows! Hold and release to create a nest trap! Okay, anscheinend passieren die Plasmiden zum Teil auf taktische Basis. Oh, jetzt habe ich... Ach! Alter! Da! Alter! Hohohoho! Genickbruch! Komm! Ich brauche irgendwas für Gesundheit auf alle Fälle. Alter! Die Rahmen sind ja mal böse. Die sind aber auch gut für Ablenkung. Haufe ich doch mal. Spitze? Die bist du... Du kannst immer nur... Okay. Brennte Heiligenschätze. Das Nack auf sie in Brand gesteckt. 300 Scha... Gerne! Nehme ich doch! Hm. Der falsche Hirte! Der Anarchist ist entweder ein zwerberhafter Ollatte oder ein einäugiger Person... Bei der Stationus komme ich bestimmt nach Monument Island. Zur Gondelstation. Ja, dann mal los. Hopp! Und... Hopp! Wo muss ich jetzt lang? Ach, hier runter, denk ich mal. Alter, ist das Ding geil! Gesundheit... Jetzt brauche ich nur noch Salz. Ja. Oh, 329 Dollar schon. Ne, hier gibt's nix. Oh, oh! Wow! Hier, und... Eieieieiei! Kopfschuss! Alter, die fahrenden echt schon nach mir. Kann ich nicht. Ach so. Die lasse ich leben, die hat mir ja nix getan. Kann ich hier... Nein, kann ich nicht. Kann ich hier? Kann ich auch nicht. Kann ich auch nicht, okay. Geldbörse nehmen wir dafür mal mit. Okay. Oh! Ja. Rauchen geht... Ja, denk ich mal schon. Ganz gut, klar. Also hab ich nur drei Schuss mit den Erraten. Ah, da geht's weiter. Und... Hopp! Hopp! Wow! Angriff! Das wird schlimm für die... Alter, ich hasse es, wenn die hier mit diesen anderen antreten. Mal gucken. Der hat nix. Was? Jawohl, ja! Münzen unter der Matratze. 40 von 20. Oh ja. Gott. Dann denk ich mal hier weiter. Oh! Tatsächlich. Monument Island Eingang. Camstalk wusste, dass ich komme. Wer hat es ihm gesagt? Die, die mich hergeschickt haben? Wenn ja, was haben sie in Wahrheit vor? Find eine Gondel nach Monument Island. Gott. Dollar Bill. So, schauen wir mal. Okay. Komm, kauf mir mal 100% Salz. So. Vini, Vini, Vitor. Kränenfußfallenhilfe. Ach du Scheiße. Beherrschunghilfe. Vielleicht die Fähigkeit Menschen zu beherrschen, die selbst nur begehen, wenn der Effekt abklingt. Alter, das sind ja Plasmid... Upgrades. Alter, wie bitter. Positiv. 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 Ja, die Plasmide dienen mir dabei eher, ähm... Maschinen oder Menschen zu Verbündeten machen. Haltenlos, dass du in Beherrschungsfalle auch schon... Ja, mehr so ein bisschen ins Taktische zu gehen. Da hin. Positiv. 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 Und... Positiv. Mh. einmal und zweimal geht drauf und du Au Alter, allein das schon zu sehen, bereitet mir irgendwo Schmerzen Wow Alter, ernsthaft? So wird es nie was Da, Salz Kraftvolle Kraftvolle Alter Kann ich nicht die Dinger hier irgendwie? Nein, kann ich nicht, okay Sorry, wir haben geschlossen, ja Das war knapp Salzhandvolle Gesundheit und Salz Geldbörse So Maschine wieder auf meiner Seite Salz Mal gucken 100% 67$ Ok, kauf wieder mal Ok, jetzt bleibt bei 67$ Aber ich kriegst du schon mal mehr Geld Ja, das wird jetzt geil Aber da mach ich denk ich mal ein andermal weiter Oder? Verzeihung Sie haben keinen Zutritt Sponium Island Sie müssen gehen Personal erreicht die Insel über die Skyline Die Skylines, ja Diese Dinger mit denen die Cops da vorhin bei der Verlosung ankamen Oh, das wird geil Dann wollen wir mal Juhuuu Juhuuu Alter Das war kratzt Heftig Oh, besoffen, oh, Gesundheit, komm, Salz-Infusion. Super, dann mal los und weiter. Alter, ist das geil. Und zack. Alter, ist das geil. Das macht mir jetzt schon Spaß, mit der Skyline zu fahren. Dann kann ich auch wieder zurück. Wow. Alter, ist das geil. Geil. So. Auf, ab. Alter, ist das geil. Ich würde am liebsten die ganze Zeit zu fahren. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Alter, wie geil. Und zack. Wir sollten ein paar Türen eintreten. Ich drehe hier keine Türen ein. Weißt du, was für ein Gesindel... Ernsthaft, noch mal. Und zack. Oben ist noch eine Skyline. Und hier darauf käme, käme ich wohl ran. So. Da würde ich aber erstmal hier meine Lebensenergie wieder auffrischen. Salz. Nachladen. Alles Mampfen, was geht. Oh. Okay. Und hier. Und hopp. Und hopp. Und hopp. Und hopp. So, der ist hinüber. Kann ich hier noch irgendwas? Nein? Gut, dann würde ich sagen, ich mache hier eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession von Bioshock Infinite. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Mach mal Kaffee heute. Auf und out. Tschöne Mitte. Bis zum nächsten Mal.